Überall glitzert es, an der Promenade von Nikotera. Gestern hatten wir schön am Strand mit Sommer, mit Sommer natürlich nicht, Wintersonnenwende gefeiert. Großes Lagerfeuer errichtet wir, vier hier. Das war richtig schön, haben dort eine Pizza gegessen und am Strand, wie gesagt, ein riesiges Feuer gemacht. Ich spüre euch mal das Video kurz ein. Kita und Jo tanzen. Wir feiern die Wintersonnenwende. Da hinten ist Mika, unser Campinghund. Wir durften laut Umberto, dem Campingchef, dem Campingplatzbetreiber, ein großes Lagerfeuer anzünden. Ein riesen Haufen. Das Kissen. Da haben wir Pizza gegessen, am Strand. Musik haben wir auch. Und der Rauch und die Funken ziehen aufs Meer. Wir haben ablandigen Wind. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine ganz tolle Wintersonnenwenden Nacht. Und denkt daran, ab morgen werden die Tage schon wieder länger. Wir feiern noch ein bisschen am Strand und nachher wechseln wir ins Vorzelt, wenn es hier zu kalt werden sollte. Alles okay? So, ich denke, das war's. Da ist nochmal der Joe. Schönes Gans. Ach, ihr müsstet hier sein. Das ist so toll hier. Tschüss, ihr Lieben. Alles gut. So sieht das hier aus. Nee, du musst dich hier vor den Krippe gleich stellen. Da ist mein Schatzi. Guck mal, ist schon der Stern aufgegangen, wenn er netter da steht. Ja, gleich geht der Stern auf. Wenn mein Schatzi da ist, ne? Und das hatten wir hier ja auch schon mal am Tage besucht. Jetzt sieht das noch schöner aus. Kirsten auf dem Weihnachtsthron, ne? Auf dem Lichtstuhl. Mein Schatzi. So, und hier ist der Bogen des Kusses. Also, Schatzi. Ja, lass uns bereitstellen. Lass uns bereitstellen. Und auch der Weihnachtsmann ist anwesend für die beiden Damen. Kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist das Zimmer des Weihnachtsmannes. Mit Tannenbaum. Grazie! Buon Natale! Und das ist jetzt die Straße der Regenschirme am Abend. Beleuchtet. Jetzt habe ich hier noch kurz in der Bar eingekehrt. Kleine Süßigkeit mit einem Kaffee. Kaffee Americano oder andere Sachen. Ich bin sehr anwesend. Da können wir die Kinderchen in den Weihnachtsmäntel stecken. Was filmst du mich denn dabei? Eine riesige Christbaumkugel. Dass ich etwa bei mir oder br genauso an es Miller ob eine lange Zeit zu entdecken, oder mit mehr eterna außerabend gesehen oder andere. Noch solange ein euro.